hallo und herzlich willkommen zurück zu kosmologie unser schiff ist fertig wie schnell ist es immer noch 80 sachen so das sind gleich drei fahrer oder fliege er oder schwebe er was gibt es hier was ist das kopf geld da ist jemand ist sicher ist sicher und dann schauen wir uns den mal an ob wir gehen auf die kanone er schießt mit lasern er ist weg hier sehen wir aus unser schild schützt noch ein bisschen wir schießen ja auch mit lasern ganz vergessen so ja das war ja einfach nicht anhalten aber machen und immer schön das lager im hinterkopf behalten und sieht schon ich brauche mehr lager so und vielleicht noch ein bisschen panzerung nach hinten könnte ja sein dass wir von hinten angegriffen werden ach mal so nicht genügend stahl ich habe kein stahl ok gut da liegt da noch was lichten da noch rum wir haben kein stahl war das ausgeschaltet moment noch mal nee hier rechts klicken stahl und war nicht ausgeschaltet so unser rum ist nicht gestiegen das ist gut weil dann sind nämlich die jetzt noch mal so ein x hat das irgendwas zu bedeuten war das der letzte kontakt vielleicht hier ist nix ist einfach nix das kopf geld okay pause oh der sieht schon anders aus das cockpit ist da hinten ne ach schwierig da kommen wir nicht durch bitte dahin schießen kann ich jetzt bin ich hier wie greife ich denn auf die waffen zu ich kann plan ja der hat kein schild okidoki ich habe gerade einen astronauten gesehen mitten im weltraum mhm wahrscheinlich kommt der auf uns zu ja tu da mhm ja sichere barriere nö ok alle an bord zurück es wird grenzlig ok gernschild ähnlich darauf nicht nicht auf den hülforantrieb wir abhaut hier abhaut unfassbar unfassbar das haben wir das haben wir und geht jetzt dahin wenn so warte fragezeichen gold können wir das verkaufen möglicherweise warum ist hier keine anzeige wenn das lager voll ist 35 könnte ich einlagern ok von 10 10 ah von 40 spulen ja stahl das ist alles schon voll ok ja dann bringt es ja nichts wenn wir hier jetzt weiterkämpfen oder ich fahr dahin von da aus wieder zur station was ist so eine station ok astroidenfeld modell s dann halt das modell s ok alles gut und rufen äh kopfgeld gibt es ja es gibt rum was kosten jetzt die 1350 oha werden die billiger oder günstiger wenn ich rum bekomme ok und jetzt 1250 ja dann schwerer laserblaster soll ich das mal bauen wird unser wir können das ja mal testen disruptor ist ein disruptor kann schilde durchdringen aha ich mache mal den schweren laserblaster ok gehen wir da mal hin und versuchen das hier irgendwie umzubauen und zwar strategische verteidigung was machen die ah die verteidigen hätte das gedacht dass sowas die strategische verteidigung macht das ist wenn ich das hier runterziehe dahin dahin und du da so das wird so nicht funktionieren geht das so auch nicht das ist schwierig jo der muss das weg ne das muss weg und ich ziehe ich mal hier so vorbei und mach vielleicht Energiewaffen großen laser wie alter da aus ja aber wenn ich den da hinbaue ähm Panzerung so vielleicht da warte ich muss mal eben noch mal gucken was hat der für ein winkel ui 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 ja ok das sind ja mehr als 180 grad gut dann war das hier und vielleicht noch so eine Panzerung dahin dich weg kostet nur 3500 bringt mir aber nicht viel ne ich brauche mehr Lagerraum und dann Panzerung dahin jetzt sind wir bestimmt super langsam aber wir werden das testen so wieso brauche ich empfohlen 16 ich habe 16 energie empfohlen 2,6 ich habe 1,5 das ist nicht effizient zwei energiekerne ich würde da hinpacken und dann brauche ich noch einen energiekern was bringt der ja ich brauche eigentlich noch so ein so energie ist gerade so gut aber wie schnell sind wir jetzt müssen wir ausprobieren ich wollte da war ich wo ist gut jetzt nur noch halb so schnell das war voraus zu sehen ok so dann gucken wir uns den mal an ja was hat der da strategische strategisches verteidigungssystem ok dann gehen wir auf den kleinen reaktor los geht's ja das war jetzt nicht so schwer ok also je mehr Ruhm desto günstiger sind unsere Ruhmitglieder noch 12 draußen immer mal ein bisschen näher an so kommt der auf uns zu juhu tut er das lager ist schon wieder gleich voll junge 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 und oder nicht kommt nicht auf uns zu ok wenn ich mal dahin oh ne das sind gleich zwei da fliege ich nicht dahin komm 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 mach mach hin jetzt hat er uns gerammt was denn für einer die bewegen sich aber nicht ne ok aber hier gibt's nix doch da da ist er da ist ja einer ok was bist du sehe ich noch nicht so perfekt ein sammeln so unsere lager sind schon wieder voll junge 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 dann wieder zurück ich hätte eben mal verkaufen sollen witzig sachen so ok bitte rufen habe ich leute verloren nee sehr gut kopfgeld ja rette station level 2 ich glaube das können wir riskieren oder nee ich mache eins nach dem anderen so verkaufen war die devise ne also perium können wir verkaufen dann ähm Stahl was haben wir 268 von 300 hm ja schwierig ne Spulen haben wir 60 von 80 ich würde mal 20 behalten hier behalten wir auch naja ich wollte eigentlich 20 behalten äh gibt es ja kein Zwischending 20 dann verkaufe ich einen Prozessor und guck mal der nimmt das nimmt alles Lagerplatz weg ne Prozessoren und so ein Kram Gold will ich alles verkaufen ja ein Drehstahl oh wie mal 20 ok geht dann noch ein bisschen schneller so alles klar gut dann was könnte uns doch denn noch helfen Bergbaulaser ne dafür ist glaube ich mein Schiff ein bisschen zu klein Standardkanone Raketen und Minenwerfer ja alles gut schön großer Schildgenerator ne 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 Raketenteile Superantrieb habe ich gerade verkauft große Schub diese ja vielleicht aber dann bräuchte ich noch mehr Energie ja im Moment mache ich das glaube ich eher nicht so Laufband ne mittlere Reaktor im Moment haben wir einen kleinen ne 10.000 ist mir zu teuer ist mir einfach zu teuer Stahlschmelzerei auch nicht dann was ist denn das für ein Ding Einrichtungen Sensoren Phalanx haben wir keinen Platz ne kleines explosives gerät absichtlich in mehrere teile dann kann ich mich sprengen und mache aus einem Schiff zwei Schiffe das ist ja interessant das ist ja richtig interessant ohne Witz ich finde es interessant okay dann haben wir unser Schiff mal ein bisschen umgebaut so sieht es von außen aus nix besonderes aber wir müssen hier noch mehr Düsen hinbauen geht nicht anders gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal gehabt euch gut und tschüss